Wenige Menschen in Deutschland wissen, dass in circa zwölf Tagen die Fußball-WM der Frauen in Frankreich beginnt. Und ich freue mich darüber, dass man rechtzeitig für eine ganze Woche hier im Trainingslager zusammenkommt, um den Leistungsstand nochmal zu überprüfen. Es ist auch eine Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass die Frauennationalmannschaft immerhin achtmal Europameister war. Und insofern dürfen wir dieser WM in Frankreich, glaube ich, mit großen Hoffnungen und Erwartungen entgegensehen. Die Spielerinnen tun das ganz gewiss. Spielerinnen, die für viele und nicht nur für junge Mädchen zum Vorbild geworden sind. Jedenfalls habe ich mir gerne die Zeit genommen, um auch in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass es Frauenfußball auf hohem Niveau in Deutschland gibt. Das Minimalziel haben die Frauen selber ausgegeben. Auf jeden Fall eine WM zu spielen, die die Teilnahme an den Olympischen Spielen sichert. Das hoffe ich auch, denn beim letzten Mal haben sie immerhin Gold mitgebracht. Und so weit wie möglich kommen in Frankreich. Sie sind Teil der Weltspitze. Aber wir müssen wissen, es gibt harte Konkurrenten.